Schicke hat da hartig gewartet, bis ihr mit eurer Analyse fertig wart. Das ist natürlich das... ...angenehme. Dann spielen wir, wenn sie noch einen Tisch gibt, jetzt wird es in Ruhe diesen Ballwechsel anscheinend lassen. Da kann man natürlich warten, bis in der Halle wirklich absolute Ruhe herrscht, um sich voll zu konzentrieren. Ein toller Ballwechsel jetzt mit einem aktiven Zhang Jicke, der sich hier den Punkt, die 1 zu 0 Führung, hart erarbeitet, gegen Malone. Aber ist dieser aktiver, hat sich das offensichtlich zu Herzen genommen, vielleicht mit einem Ohr bei Richard Brause. Aggressiver Beginn des Weltmeisters. Applaus Gut vorbereitet. Malon Kinaas, die Rückhandseite hier schön mit dem Rückhandblock, macht sich damit den Tisch auf und kann die Vorhand herrlich durchziehen zur 4 zu 1 Führung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.